Wollt ihr euch nämlich so hinstellen? Komm, wir machen ne schöne... Ja, ey, wir können uns nicht bewegen. Ich stell uns ihm nicht was hier. Achso, ihr könnt euch wirklich nicht bewegen, ja? Ja, das ist ja perfekt wie Ammoneration, dann kann ich halt... Dann kann ich euch halt schön... ...so hinstellen, wie ich möchte. Nein, nein, nein! Ich will das nicht, ich will das nicht! Ihr seid so gefesselt fürs Intro! Nein! Nein! Und ich darf in der Mitte stehen! Ich habe vier Puppen auf meinem Server! Und mit ihnen werde ich gemeinsam heute spielen! Ich will weg! Zieht man das, was ich hier so weglaufe? Ja, Mann, hör doch jetzt auf! Das sieht mal lustig aus, aber das Riegel! Mann, hey! Wir sind hier! Ich würde sagen... Ist es jetzt, also wenn ich jetzt im Intro sage, das erste Force Item bitte 2023 ist jetzt eine Lüge? Oder würde es am Ende einfach eh keinem auffallen? Wird keinem auffallen! Generell, wir spielen difficulty easy, ja? Alright, Jungs! Dann würde ich sagen, es wird Zeit für das erste Force Item Battle! 2023! Drei Stunden, fünf Joker, fünf Spieler! Ich wünsche euch ganz viel Erfolg in! Drei, zwei, drei, zwei, eins! Go! Oh, Mann, dieses Item ist... Wie? Wo hast du euch einen Kuchen bekommen? Ja, ich mach kurz, ich mach Wither! Und damit herzlich willkommen zum Force Item Battle! Ähm... Ihr kennt das Ganze! Es ist eins der Besten und äh... Es ist eins der Besten und ähm... ... ... ... ... ... ... ...